Was geht denn auf? Ob die Pickel sind? Aber mir dauert das auch ewig nicht so viel Schaden wie hier. Ja, das ist, wenn wir die Fallen dann freisch weitergucken. Ich habe hier einen Bug, wenn die Tasten funktionieren, die nicht so wie sie sollen. Ja, ich bin schon wieder ein paar Max zu holen, weil ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich könnte schon wieder rein. Ich schaue noch mal rein, was geht. Ich habe Urteil drauf gehauen. Ich schaue noch mal rein. Nicht schon wieder sowas. Ich hasse es, wenn jemand sowas macht. Jetzt gehen sie mit ihm los, 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 und bla. Stress. Ja, und ich hatte ja gerade wieder ein Bug. mir hat es gar voll gehangen jetzt wieder nach die Nudeln ja lass es doch, wir brauchen das nicht unbedingt es braucht so ein bisschen länger in 8 Minuten kann ich wieder drücken ich hoffe dass sie ganz dreckig haben nein er ist gestorben ja bestimmt ich weiß nicht wo die ist ich sehe sie da hinten ja da hinten liegt sein Aether ja ich sehe sie nicht ich bin fertig seht ihr die? dann haben wir es ja außerdem schon aufgenommen also ich stand die ganze Zeit hier ich weiß nicht wo er gestorben ist ich weiß nicht wo er gestorben ist ich weiß sowieso auch noch wo er verletzt ist es kann gut sein dass ich es ja aufgenommen habe weil ich bin in seiner Nähe gewesen wie ich gestorben bin und er habe mich gerade reingedreht weisst aber das war jetzt absolut keine Absicht nicht heute noch wenn er neben mir stirbt dann neben mir stirbt dann und 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 aber ich kann jetzt schlecht streich schreiben und 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 Aber wir zünden fünf Leute. Hier kann ich schon wieder zünden. Hier kann er schon wieder zünden, meine ich jetzt. Da frage ich mich. Das bringt ja so. Jawohl, nein. Und die nächsten. Komm ab, hör mal. Ja, ich bin auch ziemlich brandwein Einwatsitz gelaufen. Deswegen haufenweise mit. Ich muss zurück. Guck, die haben mich nämlich schon wieder verprügelt. Die verprügeln mich. Aua. Ich hab ein paar. Ich hab ein paar. Es waren ein paar zu wenige. Nee, jetzt schon der Enderstrom nicht wahr, oder? So wieder. Ja. Oh, ich bin da. Ich bin da drüben. Merke, Alter. Ich bin da gröpig, dass ich nicht weiß, Entertainer. Wir werden da THERE quoi! Oh, ich glaube nicht. Wir brauchen ein blomasere Widerstand. Ich könnte da drüben. Was los? Zu viele? Was los? Ja. Ja, ja, ja. ... ... ... ... ... Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Diesmal hab ich nicht viele gefunden. Der Bombe ist nicht mehr weg. Nee, er hat nur noch ein paar rangezogen. Da war es offen rum dran. Alle schon tot. Wir müssen sowieso zum nächsten Baum wieder. Hier unten ist er. Ja, ich nehme bloß da hinten noch was mit. Ich glaube, er geht nicht mehr freiwillig durchs Wasser. Ja, Götter können entscheidend nicht schwimmen. Die saufen automatisch. Sie sind noch nicht mal alle da. Okay, er hat aber auch nicht eingesammelt, weil er alles liegen lassen. Ich habe noch eine Abflinkzeit. Ich zünde erst, wenn jetzt der älter Strom kommt. Ich nehme Hilfe. Man muss die Läuble werden. Ich nehme hin, dass die Läuble beherrs sind. Ich habe notwendig, dass die Läuble wieder nachkommen. Damit es nicht sicher sein müssen. Ich habe es nicht besagt. Es ist nicht egal, dass ich nicht zum Beispiel der Läuble dasselbe. Leider ist auf der Läuble, nicht relabel zu sein. Das ist ja so, wie es mir jetzt ist. Das Läuble ist ein letztes Ding. Ich gebe es nicht ganz sicher. Kein Stress, alter Alter, mach's gut Ja, ich hab nur auf den Meter-Etherstrom gewartet Vorher brauch ich doch nicht zünden, den Rest kriegen wir doch so platt Besparen wir uns noch Zeit So, dann gehen wir mal sammeln wieder Mach wieder Wieso ist er wieder tot? Ich hab keine Ahnung Das stört ihn anscheinend auch nicht, bis er stirbt Huh? Ah Ich guck jetzt nochmal mit dem Alchemisten Man hat's ja zu diesem blöden Stab ausgepackt, hey Dann werden jetzt kurz gezündet Ich Ja, Mann Gott ist noch nicht so stark Oh, falsche Hilfe, ich muss da Ja, okay, jetzt muss ich hier mit dem Oh, Name ist tot, Name ist tot Nein Ihre Kugel liegt da hinten, die Träger Ja, ich hab was reingelaufen Sind zwei Leute gestorben? Ich weiß nicht, zwei große Kugeln lagen Und deswegen? Und beide sind jetzt weg, ne? Beide Kugeln weg Wurden aufgesammelt Hä? Von wem? Der hat sie aufgesammelt Er hat sie aufgesammelt Oh, jeder der Mann war das Ok, er hat sie vertrend Oh, shit Fass Atom, es sind halt noch zu kurz Da war grad so viel Äther gelegen Ich weiß nicht, wie viele zusammenkommen will Ich hab das schon 3.000 Punkte Das ist bald Weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Wie viele zusammenkommen will Ich hab das schon 3.000 Punkte Das ist bald Weiß nicht Wollen wir gleich Ich weiß nicht Wollen wir gleich 7.000 bis 5.000 oder Wie viele hat denn jetzt den Namen noch? 1743 Ja, der hat sich jetzt die Kugeln gekrallt von ihr, ne? Das ist schon ein bisschen mies 2100 Ja, der hat sich jetzt die Kugeln gekrallt von ihr, ne? Das ist schon ein bisschen mies 2100 Ja, das ist schon ein bisschen mies Das ist schon zwei meine Kugeln 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6 10 10 10 10 11 11 11 12 11 5 10 11 11 12 13 17 14 14 15 15 15 16 15 alle hier vorne da oben kriegen wir viel mehr gegner ran oben ja hier unten geht es eigentlich auch siegen Minuten nein jetzt habe ich einen ich wollte jetzt das urteil drauf setzen und was passiert es kommt ein anderer gegner dazwischen und ich hau natürlich dem das urteil drauf ist das fies man der Name ist schon wieder tot was ist denn jetzt los das kann doch nicht sein ja stimmt denn jetzt nicht die Kugel ist schon wieder weg oder ne ne die liegt noch hier vorne die liegt noch hier vorne genau am baum er hat damals die auch nicht eine er hat kurz vorstehen gesiegt und hat mich dann liegen lassen ok super also du kannst es wiederholen also du kannst deine Kugel wiederholen also du kannst deine Kugel wiederholen aber was ist denn jetzt los bei dir nahm doch habt ihr gott gezündet? nein äh Alchiko achso ok das Spiel ist extra rausgegangen alter Entschuldige Angst ich habe deinen Namen nicht gesehen willst du? ich sehe hier auch keinen ich sehe hier auch keinen ist der Name eigentlich wieder da? ja Deine Kugel liegt da vorne am Baum hier liegt doch noch ihre Kugel hier vorne am Baum liegt deine Kugel ja ok sie hat sie wir dürfen die Gegner nicht so stark verteilen weißt du das ist nicht gut wir müssen sie wie fallen da kämpfen schildereiche gegeneinander ja ja das sind aber die Dings die holen bei Storm Leute jetzt hat sie nur noch 1590 ne warte mal ach doch ja die kämpfen am Anfang die dürfen glaube ich auch nicht mehr so viel ziehen der Name ist ja da gleich tot und das dann vorbei ja solange du die Hallen nicht freigeschaltet hast den wo der Gott ähm länger hält der Name steht da am Baum rum der Name steht da am Baum rum der Name steht da gerade die ganze Zeit am Baum rum da hat geschrieben gerade ja aber Dastien kann ich nicht schreiben sonst bist du direkt tot das ist nichts Ja, wir könnten es ja dann so machen, die übrigen punkte, was wir jetzt dann haben, dann tötet uns da einfach. Jetzt kommt da die punkte auch zurück. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr, jetzt brauchen wir den Gott auch noch mehr ziehen. Auch heute. Ach, schade, hab ich nicht geschafft. Ok, auf zum nächsten Baum jetzt. Direkt hier vorne. Ja, ich hole da hinten noch ein paar. Ja. 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 Ja, ich hole das zusammen. Ja. 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 Wo ist die? So Der Arm flippt aus Ich habe nur noch 18 Sekunden 18 Sekunden Oh, er hat schon Der andere hat schon gerade gezündet Ja, ich habe schon wieder welche angelockt hier Ich bleib mal hier und beschützt den Arm Er hat schon wieder ran, er hat schon wieder da Ja, das passiert Hier ist nichts mehr Ja, der Strom ist da Na toll, und ich bringe jetzt was Großes noch mit Ich habe schon 4.000 Ja, ich bin Macho. Ich habe die mal über der Brücke mitgenommen Ich habe jetzt die, was hinter der Brücke ist, mal geholt Na toll, davon ist gerade mal einer mitgekommen Ich kriege die Krise Lass die Kleinen noch platt machen Ist er noch Gott? Wie lange hält denn sein Gott? Wie lange hält denn sein Gott? Er hat wieder zu alt gewählt Gesundheit 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 Uffwischen Lulululu Wer工作 Was? Was? Äh... Ich bringe haufenweise mit Hier unten, ich bin mal auf die andere Seite vom Fluss gegangen Doch 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 die kommen Die kommen alle Meine auch Yes Ich seh nicht ob er noch Gott hat oder nicht Er ist wenn der Aether, wo der Sturm da ist Er ist wenn der Aether Sturm da ist, lohnt sich's, weil die Kleinen kriegen das so schnell Platt Ok Aether Sturm ist da Ich lasse mich hier weg Sehr gut Ich hab mich nur mit Pickles hin Ich hab mich nur mit Pickles hin Ich hab dich aus dem richtigen Ich hab mich nicht vermitteln Ich hab mich nicht gem geoßt Was ist denn er schon wieder fast tot? Was macht denn der? Warum ist denn er schon wieder fast tot gewesen? Achso. Okay, wieder zurück. Okay. 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 2 Minuten, da geht noch einer Da ist der Name rausgegangen? Ne, warum? Bei mir steht der Name nicht mehr in der Liste im Sinne Der Name steht da, die ist bloß ziemlich weit unten wegen, weil sie gestorben ist und sie hat nicht mehr so viele Punkte Im Sinne Ich brauche Pickels, Leute. Ich brauche mir alles Pickels hin, was geht. Die ganzen Pickels am Boden gerade direkt hat es aufgefüllt gehabt, dass ich sie direkt wieder verwandeln konnte. Richtig nice. Der Name steht wirklich nicht mehr in der Liste, doch hier, 3000. Noch weitermachen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich habe auch 4, 6 und bei 5 kann man ja zurückgehen, oder? Würde ich sagen. Ja, kann man machen. Sonst habe ich dann schreiben eben halt schnell, ne? Dass wir kurz aufgehen gehen. Obwohl wir eigentlich hier jetzt, wo wir jetzt echt in Ruhe gelassen werden, ne? Dass wir da die 10 zusammen machen. Willst du? Ja, aber die lassen sich ja alle hier gerade in Ruhe und fahren und sind sehr gemütlich. Oh oh, oh oh. Was ist hier los? Warum schnappt ihr gleich? Für die ist hier. Ja. Oh. Da gibt mir gleich wieder einen Edersturm an, um keinen Gott. Erst die Kleinen noch platt machen, Leute. Da brauche ich wieder meinen... Achso, ja, der ist sowieso gleich weg, eine Minute noch. Was ist er? Eine Minute haben wir noch, das schaffen wir nicht. Einfach überleben. Also meiner hat immer noch eine Abflängzeit von 8 Minuten. Die Punkte sind noch genug, da können wir noch einen in der nächsten Runde. Nee, es gibt bloß eine Herausforderung gegen Pakete. Nein! 5.000. Also bis 10.000, oder? Wegen mir können wir bis 10.000 machen. Wir treiben uns schnell. Nein, nein, schreib hier nicht rein. Schreib hier nicht rein. Wenn die das lesen, die greifen uns sofort an. Bist du verrückt? Die sind jetzt gerade hier beschäftigt, halt ihr Zeug zu farmen und schauen gar nicht nach, wer viel hat. Ja. Ja. Oh ja. Oh oh. Verdammt viele kommen hier. Du fragst mich wirklich, was Provokateur heißt, oder? Provozieren wir wieder ein bisschen Orati? Provozierst du schon wieder ein bisschen hier rum? Geht doch mit. Wer hat den Baum aktiviert durchdeckt? Böse Namen. Böse. Das ist böse. Das ist ganz böse im Baum aktivieren. Nee, das ist schwierig. Kriegen wir ein bisschen mehr. Ja, die kriegen wir auch schneller zusammen. Ja. Ich hab gezündet. Na am Schutz. Geh weg vom Etherstrom. Geh weg vom Etherstrom. Ach, Provokateur. Ah, ich tue jetzt zuerst mal nebenbei. Ja, die rauchen einfach. Kriegen wir eine Brüche. Hier drücken wir zum Lichtrauchen, das ist auch gut so. Ich fahre E-Teil in Skyfort. Der beste Weg zum Lichtraucher. Ja. Nicht wirklich, ne? Wir haben schon alle gekillt, Mann. Bestimmt weil es gerade regnet. Jetzt sind jetzt alle in die Röde gegangen. Wir haben schon ganz schön viel vor mitgenommen. Ein Schlag. Das ist auch sehr gut. Nee. Ich muss... Ich muss... Ich muss mich schon ganz schön ziehen jetzt. Komm, lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. So, 10 Kisten haben wir schon mal. Jetzt kommt der E-Tag-Probe. Na, Vorsicht dahinten. Nicht, dass er dich angreift. Ich greife ihn am besten an. Hat der ein Gurt immer noch oder hat der ein Pferde gezündet? Hat der ein Grappler gezündet. Alter, der ist zum Öre. Er kann das Dumpf aufzündet, nennst du, sag mal. Aua, das hat B, das hat B, das hat B, das hat B, das hat B. Das hat B, das hat B, das hat B. Das war so ganz kaputt. Bitte bitte. Ist hier noch einer drinnen oder was? Ich hab noch ein bisschen langscht in der Schnellbeamilie, Alter. Ja. Ja, ja. Ich hatte auch keine Antwort, ich hab' den Schnellbeamilie ausgewiesen. Ja, da gibt's dann auf jeden Fall ein Video. Es ist sowas, wie wollte ich eigentlich im Livestream machen? 10.000 zusammenfarmen, ne? Alter, das kannst du ja nicht machen, weil die sehen das dann im Livestream. Dann kommen sie rein und wollen absacken. Ja, das ist das ... Diese Nervensegen. Huh? Ich hab die Duchen. 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 Hey, komm! Okay, komm! Okay, komm! Okay, komm! Ist der Gurt noch da? Ne, ich hab einiges raus Ich weiß nicht, ob der ETH schlimm wieder war Geht ganz schön tierisch ab, ne? Ja, voll Ganz schön tierisch ab, ne Lohnt's halt am Ende dann, ne? Es lohnt sich richtig Wenn man da 10 Kisten hat Äh, da Stand wie in Lahn, pass auf Jetzt bin ich wieder gleich mit Hast du doch Kopf nicht? Du hast doch keinen Stress machen, ne Du kannst doch gucken Wenn du bei Invasionen guckst, du nass bist Erst nächste Woche kommt die neuen Dichter mit Also es ist nicht viel zu hoch, sondern die danach Aua, aua, aua Ja, die werden sich schon dagegen Da wird sich wieder jemand angreifen Wo bleibt der ETH-Strom? Ja, auch klar Gerade bloß immer auf dem ETH-Strom Mehr Zeit, mehr Gälden, das wir noch plattmachen können Aua Keine ETH-Strom Ich bringe ein paar Agali mit Aber mehr finde ich hier gerade nicht Aber mehr finde ich hier gerade nicht Ja Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ja, bei mir auch, ne Die sind wieder abgehauen Ja Da bleibt der verklappte ETH-Strom Ja Ja Oh mein Gott, diese Unverwundbarkeit kam genau unter 70 Sekunden Hm? Die Unverwundbarkeit kam gerade genau unter 70 Sekunden Okay Okay Ja, wo das Zug hat der Kugel gemacht Sonst wär ich dann wieder Inset auf 20% geklappt So viele wie möglich nochmal Ich zieh ne ganz schöne Masse jetzt hat Vorsicht, Namen, Vorsicht, Direkter Der andere, ja Weiß ich nicht, nicht, dass er jetzt ins Abfahren will Er ist auch gar nicht mehr hier bei uns Ja, vielleicht hat es noch aus dem Spiel rausgekickt Weil es war jetzt gerade schon wieder ziemlich viel los hier Da kann sich das Spiel schon mal aufhängen Ja, aber ich würde sagen, weil der Gott weg ist Gehen wir ins Lager Da hat man Bock mehr Hier ist die Linke, oder? Dann sollten wir jetzt echt abhauen dann, ne? Und abgeben Vielleicht hat er auch keinen Gott mehr und keinen Bock mehr Also zwei Minuten hätt ich noch Zieht nochmal Okay, wir müssen zurück Jetzt sofort Wir haben noch einen Muter im Baum Das gefälligste Name in Ruhe Ich glaube, das ist Park Ich hoffe, wir nochmal alles fixieren, was geht Vielleicht kriegen wir nochmal Ich glaube, wir haben noch einen Muter in Ruhe Ich glaube, wir haben noch einen Muter in Ruhe Ich habe nochmal das Urteil drauf gesetzt So, was jetzt? Zurück ins Lager Ich habe nur noch 38 Sekunden Das lohnt sich nicht mehr Das ist schon ein dickes Ziel, das wird hier Ich muss ich sagen Ich habe keine Götter mehr, Leute Also Ende für heute Ende im Gelände, ja War es ja gut, ja Auf jeden Fall Wenn du überlegst Wir haben davor 2,5 gemacht 8,5 War es sogar sehr gut Name hat nur 1900 gehabt Ja, stand gerade da 1900 Kann gar nicht sein Ich weiß nicht, ob sie nochmal ausgegeben hat Sie kauft ja gerade auch einen Deswegen Ja Okay, Leute Ich werde auf jeden Fall den Videoclip aufnehmen Dann sage ich nämlich Thanks for watching Vergesst bitte nicht zu abonnieren und zu liken Gibt zwar kein Anfangs-Intro von der Stunde dann Aber die restliche Stunde Also es wird dann direkt ins Kampfgeschehen eingestiegen Und dann bis zum nächsten Mal bei Skyforge Dann bis zum nächsten Mal bei Skyforge Ich werde auf jeden Fall la adaptationti Ich werde auf jeden Fall auf jeden Fall Das ist wirklich för聽 Ich werde auf jeden Fall Ich werde dazu Ens pup unfazbar Und dann Ich werde mich